Willkommen zurück nach einem kurzen Cut. Es gibt ein, zwei Änderungen. Aktuell ist Team Klaue noch zu zweit. Matrix muss aber bald aufhören, das heißt wir werden alleine weiterspielen, weil sonst bis wir die komplette Runde abbrechen und da fangen wir eh neu an. Genau, also abbrechen, weil bis wir zu 8 einen neuen Termin gefunden haben, jetzt um die Weihnachtszeit das wird nichts. Deswegen, äh, Nico, ich 3 und dann so weiter abwechselnd halt, ne? Runterzählen. 3, 2, 1, go. Achso, äh, ich mach 3 und dann weiter. Warte, what? Egal, was auch gestorben. 3, das ist egal. Äh, 1. Nee, warte. Egal, wir starten jetzt einfach. Ja, okay. Ich kann auch was schreiben. Äh, ja gut, wenn Leute ablenken, äh, ja. Warte, ihr wollt eins abholen, und geht das. Sieht's schon weg, Nico, guck mal. Warte. Woah, auf oben? Warte, auf jeden Fall, ich hab grad ne sehr, sehr duke Bildschirm, das ist das Schade für die Aufnahme. Wobei, wir können auch deine Gesicht nehmen. Wache, die alle. Matrix aufgestanden. Ich sehe sie jetzt ein bisschen nicht. Komm mal zu mir. Also einfach aus, 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 aus. Die Fliege raus, sieg geradeaus. Ja, warte. Ist das nicht so offensichtlich, wenn ich dann da anlaufe? Ja, vorbei. Ist doch wurscht. Die wissen eh, wo ich bin. Das stimmt. Warte, hab ich da gerade einen Namen gesehen? Ich bin's, ich bin's. Äh, ne, ich bin Schlebach-Shift oder nach wie vor? Ne, ne, aber da oben meine ich, dachte ich. Keine Waffe geben, Nico, ich hab noch keine. Das bist ja du. Ich hab nur deine Rüstung nicht mehr, also ein Teil davon ist verschwunden. Aber es ist nicht allzu traurig. Ja gut, das... Ich... ...muss nur noch gucken. Aber ne, wahrscheinlich ist da niemand mehr. Warte. Warte mal vorsichtig, sag ich. Trau dir nicht. Hm. Scheiße, nee. Mann. So. Okay, äh, Nico? Äh. Ja. Ich weiß nicht, was davon noch voll ist. Äh, keine Ahnung. Mhm. Danke. Vielleicht hab ich auch gerade die ganzen Lehrmagazine gegeben, wenn du bloß gleich findest. Aber guck mal, wie viel hast du noch? Sind die alle leer, oder? Äh, vier... Guck mal, ob du die Waffen nachladen kannst. Ja gut, ich hab insgesamt zwölf. Okay, noch hoch. Einmal vier, einmal acht. Warte mal rein, ich hab auch nicht viel mehr, glaub ich. Ich tu grad mal nicht shiften. Die haben vorher oben zugewordt. Warst du das oder waren die das? Ne, das waren die. Warst du eben auch schützen? Äh, inwiefern eben? Ja, wo du gelächter bist. Achso, ja, ja. Okay, kannst du aufbauen, bitte? Ich hab irgendwie kein Leben. Ja. Ist echt ein bisschen kacke eben, äh. Hm. Hm. So. Aber egal, wir leben noch. Ich glaub noch schon, der Schnicker. Ähm. Führt ihr nicht alles von spät laut? Wir sagt erst mal rot zu unserer Kiste. Und jetzt muss man, äh, regenerieren. Aber lass... Ja, unten haben wir essen alles. Sprungstrich regenerieren. In welchem Level hast du noch, Nico? Äh, null. Wirklich schweiß ich bin ja runterfallen. Ich schaffe 26, noch zweieinhalb Herzen. Nee. Ich bin gestorben. Okay, Richard. Gott. Gut. Äh, das ist auf jeden Fall das nächste Ambulance Farm erstmal. Aber die haben den komplett ausgerüstet. Die haben gehört eben schon Typkiller, also wir sind so am Arsch. Wir sind so... Ich tu erstmal alles weg, Nico. Von mir. Auf mein Invertar. Ja. Ein bisschen Eisen nur. Damit können wir nicht gegen die gewinnen. Ja, aber wir müssen erst mal zwei Eisen-Spitzhacken machen, richtig? Only, ja. Ich hoffe, dass keiner da ist. Und wir könnten nicht mehr fighten, momentan. Aber zumindest, wenn wir eh eine treffen. Andere können wir noch bekriegen. Aber ich würde jetzt nicht die Muni dafür verschwenden. Mhm. Ich regeneriere nicht. Scheiße. Ich brauche was zu essen, Nico. Guck mal. Dann mach ich erstmal die Spitzhacken schonmal. Und danach kannst du schonmal... das Bataille hier unten aufmachen. Er muss essen, hier ist Essen. Achso. Äh, scheiße. Entschuldigung. Äh, wir können da eine machen. Ja, machen wir einen. Ist egal. Ich hab noch einen. In der Tat. Okay. Ja, alles gut. Ja, dann... Entschuldigung. Ähm... Moment, Alter. Krass das vier. Regeneriert das Schlammer. Wie viel Leben hat das? Du musst da voll leben, ne? Ja, ja. Erstmal zwei Kuppies in der Metar behalten. Mal Vollzüge regenerieren. Gut. Ich mach keine Helmer. Ähm... Nehm so Dinge hin, ne? Weil die Kiste... Sie nicht direkt unten und die Kiste aufmachen. So, dann... Äh... Mach mal. So, äh... Wird ich nun jene gewinnen. Wenn die da sind. Oder wollen wir es mit denen? Ja, was anderes ist. Wenn wir jetzt alles verdienen. Die ganze Zeit beim... Farmen. Eventuell. Ja, eventuell. So. Äh... Sieht safe aus... Ja. Das war total, glaube ich... Alterschall ist eine Mütze offen. Haben wir auch geändert. War vorher durchgehend. Äh... Hier in die Korre. Gut. Danke. Ja, ich schaff das noch. Entschuldigung, hab ich vergessen. Äh... Okay, wenn es brutal zugeht, wird man auf jeden Fall... Äh... Vielleicht hat's schon wieder abbauen, schweiß man nicht. Also schon mal... Ich hab mal... Ich hab auf jeden Fall kaputt, wenn es geht. Ja. Sieht, wenn ich jetzt halt... Jemand kommt zumal... Hartkommen Arsch. Ja. Au. Ah, die hat geschlagen. What? Wow. Kannst du doch abhauen, den hast du nicht, ne? Ne, ne. Guck mal, hattest du uns heute bei mir gar nichts mehr in die Kur. Deswegen, ne? Ich hab etwa alles verloren. Da war echt eh ne... Also, die haben... Also, die haben... Echt gewartet? Wie haben die denn da gewartet in der Ecke, Alter? Holy shit, hab ich mich erschrocken. Ja... Fuck. Ja... Äh... Guck... Lass mal gucken, was wir noch haben, weil... Okay... Kommt der denn jetzt eigentlich an Eisen? Äh... Genau, wie damals auch. Äh... Niko, willst du probieren? Etwas Holz ab... Wie viel Eisen haben wir denn noch? Holz haben wir genügend. Eisen haben wir gar nichts mehr, ne? Zwei. Okay... Ähm... Ja, ein bisschen Eisen uns holen vom Planeten jetzt schon, Alter. Fuck off. Aber kann man nicht... Nicht Werkzeuge auch mit... Emeralds... Wir haben noch Emeralds, oder? Wir haben noch Emeralds, oder? Achso, die von der Kiste liegen. Ja... Ja... Kann ich die Kiste offen lassen? Ja... Äh... Ich bin ja irgendwo mal... Sachen zu klauen, auch mal passiert. Ähm... Ach, das Spiel dir die Scheiß kurz nicht offen. Moment. Ähm... Ich geh einfach mal zu... Cool, haben wahrscheinlich nichts. Ich geh mal zu blau. Oder? Boah... Ne, blau doch näher. Aber ich geh zu gelb. So... Ähm... Alles laut, Alter! Hilfe! Mein Ohr! Ja, ich hab's auch... Ganz gut. Kann man's auch runterstellen? Oh, dass man den Gabeletten Microsoft runterstellt und dann keine Lösch mehr hat. Dadurch... Hm... Glöcke? Dadurch stellst du zwar auch... Ja... Wenn du was abbaust drunter, aber... Wo, 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 wo ist denn hier? Äh... Rechts, irgendwie. Muss ich sagen? Ne, ganz rechts. Äh... Not Blocks... Genau. 20. Äh... Ja... Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Das ist echt kacke. Könnten wir noch mal fahren zu gehen? Äh... Mach mal nett. Äh... Oder Holz verkaufen zu Eisen. Damals auch. Ja. Ich geh zu blau rüber. Ich geh zu blau rüber. Ja. Also bald, äh... Äh... Kann man beide rüber gehen? Oder... Ohne offenen Winter? Ja... Direkt rüber, würde ich sagen. Hat ihr gerade auch nichts dabei, ne? Ja. Ich hab nix dabei. Äh... Okay... Gibt's hier irgendwas? Ist da was drin gewesen, nigga? Nop. Ich brauchte hier noch Eisenorten haben, um was abbauen könnte. Ne, haben kein Eisen mehr hier. Hm... Aber das Schiff doch auch nicht. Nö... Ja, ja. Die Tür. Ich weiß nicht, würde ich was versteckt haben könnten. Ob überhaupt. Guck mal, hier ne so hoch. Guck mal. Ach, da oben baut jemand. Okay. Ja. Typie. Habe ich jetzt nicht gesehen. Wo oben? 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 Ja, ich geh einfach mal hoch. Guckst du mal drauf, ob du noch irgendwo eine Kiste sein könntest? Oder so sterbe ich jetzt einfach. Ich hab eh eh keine Level mehr. Ja, aber das lohnt sich nicht zu gucken, weil... Maxi ist hier! Was? Das kann sogar sein, dass Maxi ist. Stimmt. Ich hab kein Lächter dabei. Ja komm, ich geh auch mal hoch. Ey, ey! Ich schlag runter! Ich schlag runter! Ich brenne auch! Ich auch! Ach, scheiße! Geh hoch! Töte ihn! Da war immer. Ja, warte. Du hast gequashed. Mal wieder. Du wirst... Ja. Du wirst... Du wirst... Du wirst... Weil eigentlich Pause... Du wirst ja nicht unbedingt, oder? Lass weiterlaufen! Lass weiterlaufen! Lass weiterlaufen! Ja. Und wenn jemand fragt... Wirst einfach weiter weiter! Mit dabei spiel ich dich wieder... Dann startet es ja schon. Und spiel ich mich grad nicht viel machen. Ja, richtig. Das ist auch eigentlich dumm, was wir grad machen. Aber hey. Aber hey. Ich hab auch eigentlich schlumm, was wir grad machen. Ja. Wir gehen jetzt erst mal ins Alten holen. Das kann ich schon weiter Spitz auf dem Plan haben, ja. Ja. Wo sind denn alle hin? Da kann der mehr was abgehauen. Ach doch, da. Da unten sind's. Ja. Du sollst auf keinen Fall drauf gehen. Dann hau ab. Geh nach Hause. Ja, das ist das blaue Team. Ja gut. Wir haben halt mit Schildern... Was haben die denn? Ja. Rüstung? Haben die noch irgendwas an Rüstung an? Äh... Ja. Einen Helm. Eine Brustplatte. Doch, ich glaub auch Schuhe und Hose. Warte, bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, ja. Also beide. Ja. Was denn? Dia oder Swat oder... Eisen? Dia. Halt, eben hat's noch was anderes. Die haben sich ein bisschen neu ausgerüstet gerade. Die haben sich das gecraftet mit Dia's. Ah. Kannst du hier irgendwie überfallen, als Clown Backspray oder so? Irgendwas um was rumgehen solltest? Ich... Ich würd gern, aber ne. Ich baue mir das Holz ab. Ich baue mir das Holz ab. Ja. Ich baue mir das Holz ab. Ich baue mir das Holz ab. Ich baue mir das Holz ab. Oh, der eine brennt. Ah, wenn... Ne. Alles gut. Ich dachte schon, fight, aber... Ja, ne. Ist einfach nur ein kurzer Lava gelaufen. Versichtlich. Ja, voll oder einfach. Man zurückbarmt, kann man einfach sterben. Oder dann doch. Von Kraft einfach man. Sagt davon. Panik. Ja. Du kannst dir irgendwie irgendwas ausrichten. Irgendwas klauen und mit dem Tor springen. Ich weiß nicht. Das könnte ich natürlich mal probieren. Bottom up. Das läuft ja gar nicht bei uns, ey. Ist so ärgerlich. Naja. Das stimmt. Die haben uns auch direkt gefokust hier, ne. Hassi, ey. Weil die haben sich halt schon Tage davor überlegt, wie sie was machen und so. Und die halt gar nicht. Aber das ist nicht doof. Ich probiere nur auf den Markt, wenn ich zu gehen, ne. Wenn du da wachen machst. Ja, ja. Ich kann schon mal alleine machen. Ja, ja. Was hat das neue Portal kurz gibt? Ey. Ich kenne mich neu aufwendig. Ey. Irgendwas auf dem Markt. Oh, come on. Ja, das sind die wahrscheinlich. Die gehen gerade nämlich. Ja. Die blauen? Die blauen, ja. Oh. Vielleicht habe ich eine Idee, wo die deren Sachen haben. Die sind nämlich nur... Der eine ist nämlich nur kurz Richtung Eisen unten gegangen. Dann geh nochmal da runter und guck mal, ob du irgendwas findest. Aber du kannst dich halt nicht so durchschlagen, ne. Aber vielleicht ist ja irgendwas offen. Aber ich hoffe, dass die jetzt mal gehen. Weil die stehen da durchgehend. Ich weiß halt nicht, wo sie hinschauen. Ich... Wir können mal das schnelle Runterrasen. Hier auf dem Farmplanet. Ich hoffe, dass irgendwas umliegt. Was macht der jetzt da? Der Farmplanet ist auch besatzt. Die machen da wohl irgendwas. Oh. Oh. Okay. Oh, da sind die da wirklich... Ist da wirklich einer runtergegangen? Das ist echt so aufgebaut. Die Assis, ey. Hm. Also einer verschwindet auf jeden Fall immer mal wieder. Jetzt sind beide verschwunden. Sneaken die? Ey, die haben sich rausgeklaut. Was essen? Was schrecklich. Ey, Mann. Hm. Oh mein Gott. Das ist nicht zu lange. Na kommt. Geht doch mal durchs Portal. Jetzt war ich beide weg. Wir müssen uns eigentlich einfach Waffen holen. Wir hoffen, dass das Waffe bringt. Aber Rüstung haben wir ja noch einigermaßen. Hammerprix hat nicht so viel, dass wir bezaubern den. Das wäre echt ganz cool. Wenn man es schaffen würde, ein Hammer zu holen, den zu bezaubern. Auf Unfreaking halt, ne? Hm. Das wäre halt schon geil. Hm. Wir haben eigentlich einen Amorals bekommen. Halt, ne? Oh ja. Hm. Hier ist nichts. Nö. Was? Gar nicht. Aber wir müssen noch 15 Amorals. Das war ich wahrscheinlich für den Spitzhacker, oder? Ich hab keine Ahnung. Ähm. So. Um da drauf zu gehen, dürfen wir nicht mehr zu lange kämpfen. Und Treppen ist leider umsonst. Nein, ich weiß nicht, doch nicht jetzt. Und sowas besetzt hast du halt. Wir haben jetzt das Holz in die Kiste reingelegt, äh, beim Emeraldspawner. Ganz offensichtlich. Schaut eh keiner rein. Ah ja. Okay. Ist hier aktuell noch kein. Wobei ich traue hier keinem, weil eh nur echt hinterlässig, hinterlässig ist. Hier ist keiner. Okay, dann werde ich mal probieren, äh. Ich guck grad mal schnell. Äh, was kosten denn? Bögenschweiter will ich nicht. Brüstungen und hier drüben. Werkzeuge. Ein Spitzhacker 10. Du kannst einen Spitzhacker kaufen. Mach ich grad. Immerhin. Ich bin erstmal im Nebenraum. Okay. Ah, das ist schon wieder. Ah, das ist schon wieder. Cool. Ja, cool. Ja, cool. Ja. Ja, cool. Ja. Ich kann hier grad nichts machen, Leute. Ich bin aufgeschmissen. Ich warte bis weiter auf dem Anmeldsborn. Ich wurde leider gekillt. Ich war ganz besser gekauft. Dann wurde auch andere Portale offen. Ich wurde von denen weggemacht. Ah, ja. Aber, guck, ob die... Die wollen immer was geben. Mal gucken, ob das, äh, der Fall ist. Oh, ob das irgendwer verhindern will. Also, ich hab gerade schon so drei oder sechs Eisen weg. Cool halt, ne? Du musst halt einen Spitzhacker machen. Das wär zumindest schon mal drücken. Das wär fair. Also, mal gucken, ob die das machen. Und ob die... Also, die sind einfach weggemacht. Okay. Oh, die waren eh nicht so von denen gerade. Achso. Äh, du bist... Hast du grad den... Das Portal oben offen? Äh, ja, ja, ja. Weiß nicht. Ich würd gern eigentlich zurück... Ich bin halt unten im Portal. Äh, hast du auch fliege ich das? Nee, ich fliege das. Ich glaub drei Eisen übrigens. Okay. Zeig mal bitte, wenn das Portal zu ist. Ist so. Gut, dann komm ich. Soll ich mal ne alten Spitzhacker? Hä? Ach, ich hab's in die Hand genommen. Entschuldig. Cool. Ich kann wieder was machen. Weiß ich gar nicht. 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 Also... Ist nicht ne geilste Tausch. Wollen wir fragen. Wollen wir fragen. Ich hab mich nicht... Ich hab mich da viel mehr rausgekommen. Du wirst das noch gut. Ich hab schon einen Schock bekommen. Äh, ja. Mach mal direkt vom Planet. Wie gehst du vor? Ja. Ich hab dich in die Kiste reinschauen. Wenn doch, ey. Voll nicht so schlimm. Besetzt. So. Und das andere Wetter. Komm schon. Noch hoch in Emorwells. Äh, ja. Gecrashed? Oder muss er aufhören? Ah, der ist ja uniert, Leute. Warte. Dann war ich gefrashed, aber... Noch warte ich nicht. Noch warten wir nicht. Dann. Dann... Okay, dann... Ah, okay. Kao Pause. Die Kao Pause. Gut, 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 gut. total offen im jungs lang rückst du kannst ja auch machen aber das ist ja eher was aufmachen